Hier ist eine Wand. Bitte mal aufzug, ne? Moment, da läuft gerade alles zu euch. Okay, dann eben wieder zum Aufzug. Weiter drin? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du, so ein komisches Röcheln. Atmest du mir in den Nacken, ey? Hallo, es geht. Ah, nee, nee. Warte, da hat die Sau gewartet, hier oben. Ja, und wo jetzt dann? Hier hinten weiter, aber. Also nicht schießen. Wo ist eine Bitch? Wo ist hier eine Bitch? Wo bist du, ne? Ja, hier ist sie, da ist sie doch. Die lassen wir mal in Ruhe. Und gut, der ihre Tage mal genießen lassen. Die Treppe wieder, Dreckschleim kommt. Land unter. Land unter. Da ist die Bitch. Also wir sind jetzt einmal rum, wir müssen also runter. Ich lauf mal lieber anders rum. Hier ist nirgendwo runter. Ach hier doch, da ist die Treppe natürlich. Ja, mir nach, mir nach, mir nach. Hier ist die Treppe. Und der Verkundung ist das Platz. Ja, genau. Ja, genau. Weil sie das Gebäude hat kaputt. Warum können die im Wasser rennen? Wir aber nicht, das ist voll unfair. Das ist schwer. Ich bin noch nicht so verwest. Warte mal. Ist das irgendwie voll die Verstandung? Ja, der fliegt die Gedärme und die Eingeweide rum. Also sie. Oh. Oh, Medipack? Braucht jemand Medipack? Ja, der Coach bräuchte eins. Oh, okay. Also ihr, du könntest auch eins gebrauchen. Ich hab noch eins. Ich heile mich, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, hi. Der Coach, der nimmt dir. Ach, ist das doof. Der hat auch eins. Du kannst es aber nicht. Bei mir steht, der hat keins. Komma. Komma. Danke. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Und weiter? Gut, das Wasser ist hier gespiegelt. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier richtig hier hoch. Aua. Schoppe. Nein, nicht schoppe. Irgendwann. Krass. Alter, jetzt hat er mich voll gespritzt. Alter, jetzt bin ich voll gespritzt. Wir sind alle voll gespritzt, so. Wir sind überhaupt nicht komisch. Ich muss das wieder umstellen. Bei den Lichtverhältnissen sieht man die Blume hier kaum. So, gehen wir mal nach hier hinten weiter. Los, vier lang. Vier lang? Ich ja? Hier waren wir doch schon mal. Ja, vielleicht muss er jetzt hier lang bei... Naja, wenn wir mal in den Zombies kommen. Vorsicht kommt ein Jockey. Wo ist er denn? Ja, wo ist er hin? Wir sind da runter. Wo runter? Hier runter? Ich bin da, aber nicht runter. Wo ist Captain? Ich bin über euch. 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 Hier lang. Laden nach. Laden nach. Okay, das ist irgendwo nicht der Oberkaufmann drauf. Ich bin da oben, ne? Hm, hab den gerade. Da komm ich auch mal runter. Laden nach. Laden nach. Ist das jetzt irgendwo rein? Ja, das Boot, soweit ich weiß. Ich habe bis jetzt noch nicht ein Boot gesehen. Ich habe irgendwas vor uns mit Boot geließe, deswegen Klammer ich jetzt hier. Habe ich nur noch die Axt? Hallo. 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 Ich kriege die Grafikkarte nicht in mein Gehäuse vom PC rein, die ist zu groß. Was? Passt nicht. Jetzt weiß ich auch warum ich die alte Karte wieder eingebaut habe, weil ich die nicht rein gekriegt habe. So war das. Hunter, 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 Hunter. Dafür habe ich den Computer jetzt komplett auseinander geschraubt. Für gar nichts. Für gar nichts. Passt generell nicht vom Gehäuse her oder weil da irgendeine Festplatte oder so ein Weg ist. Genau, Festplatte im Weg. Ja, dann bau die da rum an einer anderen Stelle. Ja, geht nicht. Dann reichen die Kabel vom Netzteil nicht, um bis das Netzteil zu kommen. Na gut, ich habe eine Verlängerung da, deswegen. Müsst du dir vielleicht auch mal holen. Ja. Weil das Problem hatte ich nämlich auch. Warte, wir müssen glaube ich wahrscheinlich da jetzt lang, wo letztens sie gestand, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier? Oder was? Ja, hier hinten bin ich. Außen noch. Ein Moment, ein Moment. Tom, falsche Richtung. Protzer. Soll ich hier lang jetzt wieder, oder was? Ja, vielleicht. Geht's an. Oh, Puma. Äh, hier. Ciao, ciao. Ah, ciao, danke. Ich konnte gerade mal ausweichen. Ich auch. Ah, scheiße. Ich habe keine Ahnung. Wie wenigstens mal so Pfeile machen würden, wo man hin muss. Ich habe auch nur noch eine Axt. Im richtigen Leben. Da sind auch überall Pfeile, wo die hin sind. Google Maps, da sind überall Pfeile. Ich verstecke mich auf dem Dixi. Die lauten Geräusche sind ja überhaupt nicht schön für meinen Kopf. Ich schnack mir jetzt mal eine andere Waffe hier. Da kann ich eine Munition mehr haben. Verwickeln Sie in ein Gespräch. Die Zombies? Wow. Die haut aber rein, die Waffe. Weck mich. So. Die Rohre liegen aber hier so verdächtig hochkant. Das letzte Mal, ich lauf hier hoch. Ich bin tot gleich hier. Danke. Ich weiß. Komm, bist noch bei uns ja. Ich weiß. So. Du willst auch mit reinkommen, auch wenn du eine scheiß Grafikkarte hast. Ja. Aber es wird ja nicht lange funktionieren. Ich hab sie mal 10-15 Minuten, dann schaltet sich dann ab, weil sie zu heiß läuft. Und dann sehe ich nichts mehr. Die schreit läuft. Was ist denn mit dem Coach aus? Die kommen doch nicht mehr hoch, oder? Ne. Ne. Bei den jetzigen Temperaturen, die wir draußen haben, über 30 Grad vielleicht nach zwei Minuten. Komm, wir können dir doch nicht helfen. Naja. Warte mal. Nein, jetzt bist du runtergefallen, scheiße. Ja, hilf ihm mal. So. Dann komm ich jetzt auch runter. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Gut, dann hält man den Coach jetzt auch noch. Warte. Nein, lass den abkratzen. Ich brauch Hilfe. Du bist guter, aber egal. Was? Der Coach ist ja eher dann. Hältet den! Helft eure Erde hier rüber. komme nicht hoch hier ist eine leiter war die von auch schon hier immer nur hoch die wird die couch die den coach hatte ich bin oben und vielleicht bei ihn oder der coach macht gerade ein arsch zu können ja da hängt nur noch an einer hand aber wir kommen auch nicht mehr hinten geht doch nicht ich könnte da unten los und stirbt er gut oder dann hängt das ist jetzt nicht so tief das jetzt sterben da ist halt nicht ja schon ein bisschen unlogisch ein theoretisch müsste man hier oben tut man aber nicht aus was wir gründen auch weil ich komme rein und fall runter tut der war direkt hinter dir ich hab der brauchte drei treffer ohne granate sollte man mit nicht mal hier eben da wäre mir hier eine grunde gefallen und komm mal her doch komm mal her komm uns ganz vorne und wieder 20 m davor mehr so komm es aufs herz mit mir hat noch nichts gebracht bei kurzer ja ich hab's gelernt von wie nicole einfach alles gebrockt alter wie sie alles schon am arsch sind ja aber echt ach siehst du ich werde mich mal grad heilen ne ich bin so doof die tür alleine aufzumachen der stück ist mal was das heißt natürlich die habe ich vorher gar nicht gesehen dankeschön ja da gehen wir aus dem weg äh was seid ihr schon auf dem rückweg oder noch auf dem hinweg also wir haben wir haben jetzt alle wir haben jetzt alle benzin wir sind jetzt auf dem rückweg aber keine ahnung wohin wir auf dem rückweg sind aber ich folge mir ich weiß wo es lang geht aber volle granate endlich jemand endlich jemand mit einer inselbegabung in der richtigen du bist wahrscheinlich da hoch ja ach wenn ich auf die leiter zugehen müssen wir wahrscheinlich da hoch weiter gerade da ist noch nichts nein da war Tom vor uns schon ja war jung da bin ich heruntergefahren genau da war ich ja ich jetzt auch ich hasse das wenn die spieler einen schubsen da ist der tschüss da ist der tschüss ich bin richtig gut ins springen ich bin richtig gut ich Aua Aua warum kratzt du ab mann Ja dieser Mann ey ich hab nen Schlagern voll ja ich seh es ich mach mir gleich mal was zu essen ich steh direkt ich hätte ihn wiederbeleben können aber war wohl zu spät war gut also ich sehe ja den safe room ein tank ne doch nein doch oh wo denn ja hier ja ist auch runtergefallen laufe ich laufe ich laufe am laufen am laufen am laufen warum der ist auch hier ja deswegen glaube ich ja ich bin im safe room im safe room im safe room ja warte ich komme in das haus rein oder was ja da wo ich bin du siehst mich da ja ich weiß aber nicht wo es lang geht hier gibt es mehrere wege Nicole ist tot rettet die rennt zurück du schwein jetzt hat er mich im safe room noch ja zum glück habe ich ja geschafft das heißt ihr müsst es nicht nochmal machen ich könnte jetzt raus gehen und versuchen euch zu retten jetzt lässt er den tank hier rein danke der war schon drin ich habe die tür zugemacht aber eigentlich müsste er jetzt müssen wir es doch nochmal machen weil er den tank hier reingelassen hat oh nein ich sag nur der tank ist hier drin und du stehst da ganz sehr ruhig ihr könnt euch da draußen helfen ach mensch so ich habe einen plant gemacht echt voll cool weil ich so gut bin da wo bist du denn nein hier unten heute wird nicht gestorben du gehst jetzt raus und rettest Nicole und Tom liegen da oben irgendwo mediepacks rum ja klar tausende dann schießt du auf die tür dein panther hinterher ich muss doch mal bei dessen sonst falle ich hier tot um ja ja mach mal ich habe mir jetzt eine andere waffe nehmen wir munition mit ja von mir aus ich rette Nicole warte ja ich bin noch der soweit ich muss mich jetzt aber erstmal vorbereiten sonst mach doch ich kann doch Nicole auch ohne die schrecken ach doch ich kann es nicht fassen wie ich mich schließlich auch gerettet also aber ich sehe nicht ein mini pack hier so da war noch welche ich habe eins kein einziger der schrank ist leer der hier oben hängt wir waren auch vorher ganz viele wo sie gehen hier lagen tausend auf wo sie gehen ach komm du stehst da hinten rum komm mal her Nicole Nicole hat einen bonus sie wird geheilt dann steht jetzt da hinten rum und macht ne zwei grad was ist ja übernimmt gleich der bot also hoffentlich ich auch schon mal die tür zu so lange ich hab's jetzt da draußen und rein her hört sich wie ein hunter an ja jetzt kommt da siehst du das hat der bot übernommen jetzt stirbt er natürlich weil er ist ein hunter rein da er nimmt Untertitelung des ZDF, 2020